Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir diskutieren heute beim Europastudio über die Frage, ist die EU-Erweiterung der Europäischen Union in der Sackgasse zwischen Symbolpolitik, Heuchelei und neue Optionen. Aber lassen Sie mich wie immer zuerst die Teilnehmer vorstellen. Valentin Inskow, hochrangiger österreichischer Diplomat, Botschafter und dann seit 15 Jahren, 12 Jahren, offiziell hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina. De facto Gouverneur von Bosnien und Herzegowina. Adalheid Wölfel ist Balkankorrespondent der Tageszeitung Standard mit Sitz in Sarajevo. Michael Martens, profunder Kenner der ganzen Region als langjähriger Osteuropakorrespondent der Frankfurter Allgemeinen. Schließlich Kurt Seinitz, Außenpolitiker der Kronenzeitung, die alle diese Länder bereist hat und kürzlich über seine Erfahrungen und Erlebnisse ein neues Buch veröffentlicht hat. Herr Inskow, was glauben Sie, wenn Sie diese Meldungen hören und lesen von der Sitzung der Europäischen Union, Spitzengremien, über die Erweiterung der Europäischen Union, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel Mazedonien, inzwischen Nordmazedonien, seit 18 Jahren wartet darauf, überhaupt Kandidat zu werden. Und dann bekommt die Ukraine sofort den Kandidatenstatus. Was halten Sie von dieser Situation? Ich glaube, bei Mazedonien hat die Europäische Union ihr Gesicht verloren. Die haben ein Dreifaches verlangt von den Mazedoniern. Erstens, dass der Parlamentspräsident ein Albaner wird. Zweitens, die Verfassungsänderung. Und drittens, die Änderung des Namens. Das sind ja gewaltige Forderungen. Wurde alles erfüllt. Und Mazedonien hat diesen Status eines Kandidaten nicht bekommen. Und keine Aussicht für Verhandlungen. Andererseits, glaube ich, bei der Ukraine ist es eher etwas Symbolisches, eine moralische Unterstützung für die Ukraine. Ich möchte aber hier etwas anfügen, nämlich, dass die Europäische Union nicht sehr konsequent ist. Ich bin glühender Europäer. Aber wenn man zurückblickt, die Perspektive wurde den Balkanländern schon 2003 gegeben in Thessaloniki. Dann kam Stefan Fühle, der hat einen Fahrplan entwickelt, auch für die EU, für Bosnien-Herzegowina 2012. Und dann gab es den sogenannten Berlin-Prozess, das hat die Angela Merkel erfunden, mit Folgetreffen in Wien, in Trieste und in London und in Bosnien. Und dann gab es vor zwei Jahren die 14 Punkte der Europäischen Union für Bosnien-Herzegowina. Also immer etwas Neues. Und wenn jetzt eine Perspektive zu lange dauert, das ist jetzt 20 Jahre her, seit in Thessaloniki dieses Treffen stattgefunden hat, genau 19. Und Stefan Fühle hat vor zehn Jahren die sogenannte Roadmap erfunden. Also wenn eine Perspektive zu weit weg ist, dann könnte sie sich umwandeln in eine Fata Morgana. Das ist nicht glaubwürdig. Wenn Bosnien in zehn Jahren in der EU wäre zum Beispiel, hätten sie 30 Jahre gewartet. Auch wenn ich eine Million erben kann in 30 Jahren, ist das nicht mehr so attraktiv. Was ist Ihre Meinung? Ja, die Europäische Union hält ihre Versprechen nicht ein. Und sie hält auch die Bedingungen nicht ein, die sie selber gegeben hat, diesen Staaten, die da beitreten wollen. Also was Nordmazedonien betrifft, es gibt keinen einzigen anderen Staat in Südosteuropa, der in den vergangenen Jahren so viele und so profunde Reformen durchgeführt hat, das eigene Recht ans EU-Recht angeglichen hat, sich derartig gut um eine Versöhnung mit der Nachbarschaft bemüht hat und so beispielgebend war und so verraten, enttäuscht und von der EU eigentlich gedemütigt wurde. Das ist ein ganz schlechtes Signal für ganz Südosteuropa, weil die anderen schauen nämlich dabei zu. Was ich noch sagen möchte, beim Beispiel Nordmazedonien, ist etwas am Ende jetzt noch viel Schlimmeres passiert. Und zwar hat die EU unter dem Erweiterungskommissar, dem ungarischen Erweiterungskommissar Oliver Vahey zugelassen, dass Bedingungen eingeführt werden, wo es um Geschichtspolitik und Identität geht. Und zwar diese Bedingungen werden von Nationalisten aus dem Nachbarstaat Bulgarien gestellt. Und das wird plötzlich zu einer Verhandlungsmasse im EU-Erweiterungsprozess. Das war es nicht und das sollte es nicht sein. Es soll gehen um Rechtsstaatlichkeit, um wirtschaftliche Entwicklung, um freie Marktwirtschaft und solche Dinge und Minderheitenrechte und nicht um irgendwelche nationalistische Geschichtspolitik. Es ist also ein doppelter Verrat. Herr Martens, die Frau Wölfel hat erwähnt, den Kommissar. Ist das eigentlich nicht an sich ein großer Fehler von Ursula von der Leyen, dass dieses wichtige Portfolio einem Vertrauensmann des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban anvertraut wurde? Das ist wohl so. Allerdings geht die Schwierigkeit, denke ich, über einzelne Personalien hinaus. Wir sind ja im Moment alles andere als in einer Schönwetterperiode der europäischen Politik. Es ist nicht, wie manchmal behauptet wird, der erste Krieg in Europa seit 1945. Wir hatten ja schon den Bosnienkrieg, der bei vielen westlichen Intellektuellen gerne vergessen wird. Aber wir haben einen Krieg von Dimensionen, wir wissen ja noch nicht, welche er annehmen wird, die wir uns nicht mehr vorstellen wollten. Und gerade in dieser Phase, in der wirklich eine Zeitenwende vonnöten wäre, ist die Europäische Union in ihrem Innenhof, es ist ja nicht der Hinterhof, wenn man sich die Biografie anschaut, es ist der Innenhof, letztlich handlungsunfähig. Und das macht mir Sorgen. Es gibt, ich möchte mal ein bisschen Wasser in den Wein mischen, natürlich eigentlich durchaus gute oder wenigstens ernstzunehmende Argumente gegen eine EU-Erweiterung. Emmanuel Macron, der wenigstens in dieser Hinsicht partiell ehrlich ist, hat sie mehrfach und immer wieder vorgebracht. Er sagt, die Europäische Union ist schon jetzt mit 27 oder bis vor kurzem 28 Mitgliedern außenpolitisch kaum handlungsfähig, aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips, mit dem außenpolitische Entscheidungen nur gefällt werden können. Und Macron hat immer wieder gesagt, wie stelle man sich da eine Europäische Union, die schon jetzt kaum handlungsfähig ist, vor, wenn sie dann 29, 30 oder 32 Mitglieder hat, wenn also Skopje oder Sarajevo und damit Indirek Banjaluka oder Belgrad ein Vetorecht hätten in der EU. Das ist in der Tat eine Vorstellung, die ist durchaus grauslich. Es gibt also Argumente gegen eine Vollmitgliedschaft der Westbalkanstaaten in der EU. Aber wenn es diese Argumente gibt, dann sollte man auch ehrlich sein und sagen, was können wir denn unseren Partnern in der Region unterhalb der Schwelle einer politischen Vollmitgliedschaft, die vielleicht eines Tages einmal möglich werden wird, es im Moment aber nicht ist, anbieten, um sie eng an uns zu binden. Und da gibt es Ideen, über die wir ja vielleicht im Laufe der Sendung auch noch sprechen werden. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel den Vorschlag, den der Außenminister Schallenberg entwickelt hat, der besagt, dass man die EU, die Balkanländer von sich, im Laufe des Verhandlungsprozesses, da werden ja die Kapitel geöffnet, geschlossen, abgeschlossen, geöffnet und so weiter, im Laufe des Verhandlungsprozesses, in jenen Bereichen, die sie abgeschlossen haben, bereits in der EU mitarbeiten lassen kann, mit allen Rechten und Pflichten, natürlich nicht das Stimmrecht noch. Und wenn das funktionieren würde, Schallenberg hat sehr darum geworben in den letzten Wochen vor dem EU-Gipfel, das Echo war nicht besonders großartig, aber wenn das so in die Fahrt kommt, so könnte man die sechs Länder des Balkans immer enger an die EU verflechten, damit sie dann zuletzt eine Aufnahme haben. Ist das nicht eine Fiktion, wenn wir darüber reden, sechs Länder, die sind alle unterschiedlich? Sehr unterschiedlich. Also ich wollte sagen, zu diesem Vorschlag, es gibt ja das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, das die meisten dieser Staaten ja lange Zeit unterschrieben haben. Was Nordmazedonien betrifft, sind die bereits in der zweiten Phase dieses Abkommens und das würde ihnen erlauben und ermöglichen, bereits jetzt einen Antrag zu stellen, alle vier Grundfreiheiten zu bekommen. Das Problem, das wir haben, das wäre auch legitim und gut, weil die so viel gearbeitet haben. Das Problem ist, da sitzt wieder Bulgarien am Tisch und kann Nein sagen. Also der Stopp ist immer möglich, auch wenn man diese Zwischenschritte macht, die bereits längst vorgesehen sind im Erweiterungsprozess. Das ist schon lange Zeit so. Aber ist das nicht eigentlich jetzt rückblickend auch ein ganz großer Fehler, dass Länder, Staaten aufgenommen wurden, die ja nicht geeignet sind. Und jetzt sehen wir die unglaubliche Stärke, die unglaubliche Kraft des Nationalismus. Bulgarien. Bulgarien vorher Griechenland. Also das ist ein Beispiel dafür, dass der europäische Gedanke in unseren Artikeln und in den Reden da ist. Aber wenn es hart auf hart geht, dann kommen wieder mit den nationalistischen Schlagworten, Stimmen zu gewinnen. Und das alte Problem, wenn du einmal in der EU aufgenommen bist, hat die EU keine Waffe gegen den sogenannten Rückschritte und Rückfälle und so weiter. Also wäre das nicht parallel wichtig, dass zum Beispiel Länder wie Ungarn oder Polen das nicht Milliarden bekommen, ohne die rechtsstaatlichen Prinzipien zu behörden? Gut, da gibt es ja Mechanismen. Bei Bulgarien, ja, ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr umstritten, dass Bulgarien und Rumänien, die jetzt im 1. Januar 2007 aufgenommen wurden, damals beide nicht wirklich beitrittsfähig waren. Und danach sogar noch Rückschritte gemacht haben, nachdem der Schönheitswettbewerb vorbei war, den man sozusagen gewinnen muss, um aufgenommen zu werden. Auf der anderen Seite stellen wir uns mal vor, es hätte diese Aufnahme damals und vielleicht auch später nicht gegeben. Ein Bulgarien, was so völlig außerhalb des Orbits ist, wie hätte sich das jetzt verhalten? Bulgarien hat sich ja jetzt bei dem leider gescheiterten Minister, einstweilen gescheiterten Ministerpräsidenten Petkoff sehr klar positioniert. Auch Rumänien und der Staatspräsident Klaus Johannes tragen die EU-Sanktionen voll mit. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie eng eingebunden sind. Also der Grundgedanke der Erweiterung ist, glaube ich, weiterhin richtig. Wir müssen nur... Wie zwischen Pest und Cholera ist es dann. Was sollst du machen? Sollst du sie nicht aufnehmen, dann schwimmen sie vielleicht davon, wie Bulgarien und den Osten. Nimmst du sie auf, musst du damit rechnen, dass sie sich nicht an die Regeln halten. Gut, das ist ein Work in Progress. Das ist eine immer neue Anstrengung. Wir haben es ja immerhin geschafft, Griechenland in der Eurozone zu halten, auch wenn streng genommen das Problem nur 40 Jahre in die Zukunft verlagert wurde mit den Rückzahlungsfristen. Aber die griechische Demokratie hat in all diesen sehr schweren Jahren gehalten. Uns hier in Österreich und Deutschland steht ja die Art von Rezession, die die Griechen durchgemacht haben, mit mehr als 25 Prozent Einbruch, möglicherweise erst bevor. Wir wissen ja nicht, was im Herz kommt. Schauen wir mal, wie unsere Demokratien dann reagieren. Aber Griechenland hat nicht diese Erbschaft, was zum Beispiel Bulgarien oder Rumänien hat. In welcher Hinsicht? Kommunistisches System. Ja, das stimmt. Aber ich denke mir, es geht darum, dass es eben diese drei EU-Staaten gibt, die in der Nachbarschaft sind, nämlich Bulgarien, Ungarn und Kroatien, die in dieser Nachbarschaft auf dem Balkan revisionistische und nationalistische Politik machen. Und das ist gefährlich. Und wir müssen schauen, dass die nicht in EU-Institutionen, sei es in der Kommission, sei es im Parlament, die unsere Politik unterwandern. Das ist nämlich das, was passiert. Und da muss man aufmerksam sein und dagegen arbeiten. Aber das heißt in Wirklichkeit, einer der bedeutendsten europäischen Politiker mit heutigem Maßstab ist Macron. Trotzdem hat er seinerzeit in einem berühmt-berüchtigten Economist-Interview den NATO zum Hirntod erklärt. Und dann hat er gesagt, er wird noch mit dem Orban sprechen, über Polen, unglaubliche Dinge. Und dann hat er ausgerechnet die zwei Staaten ausgewählt, die schon bescheidene Fortschritte gemacht haben, wie Mazedonien und Albanien. Und jetzt wird sogar vom österreichischen Bundeskanzler und anderen die Aufnahme von Bosnien-Herzegowina vorgeschlagen, beziehungsweise den ganzen Prozess zu beschleunigen. Was halten Sie da? Also meine Antwort ist da ganz klar. Die Politiker haben es nicht verdient. Es ist zum Teil eine korrupte Elite dort. Aber die Bevölkerung hätte es verdient. Und natürlich, wie Herr Seinitz gesagt hat, ohne Stimmrecht. Und jetzt geht es einmal um den Kandidatenstatus. Und da könnte man gewisse Dinge erreichen im Sinne von Transmission. Aber was heißt das, das Volk? Geht es hier um eine karitative Institution oder um Realpolitik? Das Volk ist schon europäisch orientiert. Es gibt dort Zuchtoleranz. Die Mehrheit der Säben in Republika Srpska sind eher für Putin als für die EU, laut den jüngsten Auflagen. Ja, die Elite natürlich, ja. Die einfachen Menschen vielleicht auch, aber nicht alle, nicht alle. Jedenfalls, es ist, ein Fehler ist natürlich damals passiert bei der EU, dass man die Einstimmigkeit eingeführt hat. Hätte man gesagt, Einstimmigkeit minus zwei oder minus drei, dann wäre es ein bisschen leichter gewesen, vor allem bei der Außenpolitik. Aber wenn jeder zustimmen muss, dann hat man natürlich mit sechs weiteren Staaten noch ein Problem. Aber Sie haben erlebt Bosnien und mitgeschaltet. Sehen Sie da wirklich konkrete Vorschriften in Richtung liberale Demokratie? Naja, es gibt dort über 100 Parteien. In dem Sinn ist es demokratisch. Und auch die Bosniaken, die Muslime, sind, wenn Sie wollen, gespalten. Und andererseits auch sehr pluralistisch aufgestellt. Bei den Serben und bei den Kroaten ist es eher ein Einparteien-System. Aber wenn Sie aber schauen, was die Bosniaken oder die Bosnier im Ausland alles erreicht haben, das ist wirklich erstaunlich. Bei der neuen, zum Beispiel, australischen Regierung gibt es einen Minister, Industrieminister, der ist Bosnier, Etchem Pajc. Auch in Österreich haben Sie? Auch in Österreich haben Bosnien ja viele Recht. Lassen Sie mich ausreden. Es gab auch eine Unterrichtsministerin in Schweden, die Aida Hadji Alic, mit 27 Jahren. Im House of Lords sitzt die Aminka Helic. Und natürlich haben wir in Österreich auch die Alma Sadic, eine brillante Ministerin. Also diese Leute gibt es. Und da sind überzeugte Europäer, die sind, wie soll ich sagen, säkularisiert. Aber das ist doch kein Argument, Herr Botschafter. Also Ungarn waren Nobelpreisträger und schauen Sie, was für Regime waren da. Ja, aber in Ungarn gibt es auch zwei Ungarn. Der Bürgermeister von Budapest oder es gibt, in der Türkei gibt es Istanbul und so weiter. Und auch in Russland, glaube ich, gibt es das andere Russland. Und diese Leute muss man belohnen. Aber was wir zu wenig betont haben in der Vergangenheit war die Rechtsstaatlichkeit. Daran hängt alles, aber wirklich alles, ja. Olofloh. Ich möchte aber dort jetzt ein anderes Phänomen darlegen. Solange wir die Balkanstaaten im Hinterhof dunsten lassen, wird es eine große Auswanderung geben von dort. Und die ist massiv. In Bosnien rechnet man mit minus eine Million Bevölkerung. Darf ich partiell widersprechen? Die Auswanderung gibt es, aber der Glaube oder die Ansicht, wenn wir die in die EU aufnehmen, hört es auf mit der Einwanderung, ist eindeutig widerlegbar. Kroatien ist Mitglied in der EU, verliert jetzt sogar noch oder hat in den vergangenen Jahren sogar noch stärker Menschen verloren. Bulgarien. Bulgarien verliert stärker Bevölkerung als jedes andere Land der Welt. Nach UN-Statistiken sind seit über 10 Jahren, seit 15 Jahren bald, Mitglied der Europäischen Union. Das heißt, dieser Gedanke, wir nehmen die auf und dann können wir die demografische Katastrophe, über die viel zu wenig geredet wird, weil das ein echtes Strukturproblem für die Sozialsysteme dieser Staaten in der Zukunft darstellt. Die haben Abwanderung ohne Zuwanderung und dazu noch eine negative demografische Entwicklung. Also ich denke, ja, eine Annäherung an die EU ist wichtig für diese Systeme, wird aber viele Probleme leider nicht lösen, unter anderem das der Abwanderung. Ist das nicht so, dass man sollte eigentlich mit diesem ganzen Konzept, der künstliche Name, Westbalkan ist auch natürlich ein Nonsens, aber dass die einzelnen Staaten sollten unter die Lupe genommen werden? Ja, ich glaube auch, es gibt große Unterschiede. Es gibt die, die wirklich wollen und Reformen machen, so wie Nordmazedonien. Warum sollte man die nicht aufnehmen? Es gibt überhaupt kein Argument dagegen. Der Grund, warum die nicht aufgenommen wurden, war auch im Hintergrund die Rolle Frankreichs. Frankreich will keine Erweiterung. Und da spielt Bulgarien sozusagen in die Hände von größeren Interessen. Aber ich denke mir, es gibt auch andere Staaten, zum Beispiel Serbien verhandelt schon seit vielen Jahren, hat aber die wichtigsten Reformen nicht gemacht und offensichtlich wenig Interesse, sich anzugliedern an die EU. Das muss man auch ernst nehmen. Das kann man sehen am Verhalten der Regierung. Aber was ich hier noch ansprechen möchte, ist ein sicherheitspolitischer Aspekt, auch im Lichte des Kriegs gegen die Ukraine. Es gibt so viele Einflüsse des Kremls auf den Balken, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Und wenn wir hier sprechen von Einflusssphären und der Möglichkeit, die die EU hat, hier stabilisierend zu wirken, dann ist das sehr zentral, vor allem für Bosnien und Herzegowina, weil diese Einflüsse aus dem Kreml sind enorm und wachsen. Und es gibt die große Sorge seit dem Herbst, dass wirklich auch aus dem Kreml sozusagen die Direktive kommt, hier weiter zu destabilisieren und eine zweite Front aufzumachen. Natürlich. Und da gibt es auch entsprechende Politiker, sowie den Chef der größten bosnisch-serbischen Partei SNSD, Milorat Dodik, der diese Empfehler aus dem Kreml empfängt und gerne umsetzt. Und im Juni Putin getroffen, öfter als jeden anderen. Er war jetzt wieder in St. Petersburg und macht ganz klar pro-Russische, also pro-Kreml-Propaganda. Darf ich noch was sagen zur Erweiterungsperspektive? Weil Sie gerade angedeutet haben, dass Serbien ja viele Reformen nicht umgesetzt hat. Das zeigt aber auch, wie hohl und phrasenhaft dieser Kandidatenstatus und dieser ganze Prozess mittlerweile ist. Man sollte doch meinen, wenn ein Land einmal einen Kandidatenstatus hat und dann verhandelt, entwickelt es sich langsam hin zu einer Anhörung an der EU. Das Gegenteil ist der Fall, weil dieser Prozess nichts mehr bedeutet. Und das wissen die Eliten dort natürlich auch. Zwei Beispiele. Eins, über das reden wir kaum noch, weil die EU-Perspektive zu Recht vollkommen unrealistisch ist. Aber auch die Türkei ist ein weiteres Kandidatenland, hat offiziell seit, ich glaube, 2005 den Kandidatenstatus. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich da um... 1999, sie klappt. Okay, sogar so lange. Ist egal, ja. Jedenfalls seit, dann sind es sogar noch mehr. Es sind also Jahrzehnte. Und innerhalb dieser Zeit hat sich die Türkei, wie wir ja nun alle wissen, nicht etwa zu einem demokratischen Musterstaat entwickelt, sondern als EU-Kandidat, als Beitrittskandidat in Verhandlungen zurückentwickelt mit einem Land mit tausenden politischen Gefangenen und einer Autokratie. Das heißt, dieser Status, der bedeutet überhaupt nichts mehr. Deswegen ist es eigentlich auch völlig wurscht, ob Nordmazedonien den jetzt bekommt oder nicht. Es wird sowieso nichts ändern. Wir verschieben nur die Sackgasse um zwei, drei weitere Jahre. Aber die EU, Entschuldigung, von der Leyen selbst, sie machen eine Symbolpolitik. Es ist ein Wendepunkt, dass die Ukraine auch... Wir hatten bisher ein Sextet, die sechs Balkanstaaten, mit unrealistischen Chancen. Jetzt haben wir ein Oktet. Jetzt haben wir noch Moldova und die Ukraine dazu. In wenigen Jahren wird auch klar werden, dass das genauso wenig bedeutet wie auf dem Balkan. Bei der Ukraine ging es darum, einen Pflock einzuschlagen, dass das Europa ist. Dass es Europa ist. Und es gab eigentlich kein anderes Symbol als diesen Kandidatenstatus. Er bedeutet eigentlich nichts. Er bedeutet, dass wir Europa feststellen, das gehört zu Europa. Symbolpolitik. Sie wollten das sein. Ja, ich wollte eigentlich etwas sagen, unabhängig von der Erweiterung der Europäischen Union, nämlich der Aspekt Sicherheit. Es gibt nämlich über den Balkan den Menschenhandel, den Drogenhandel, den Waffenhandel. Und wie Sie wissen, kam der Attentäter von Wien vor zwei Jahren, knapp vor zwei Jahren, aus dem Balkan. Nein, der ist in Wien aufgewachsen. Das ist Ihr Mensch gewesen. Hier ist der sozialisiert und aufgewachsen. Die kamen mal vor irgendwann her, aber das ist ein Wiener Produkt gewesen. Das war ein Wiener Produkt. Ich weiß es, ja. Der war einer aus Nordmazedonien. Ja, aber was heißt das, wenn die Eltern daherkommen? Hier wird immer so getan, der Balkan ist gefährlich. Das war Ihr Attentäter, in diesem Land sozialisiert. Schieben Sie das nicht auf den Balkan, das Versagen der Integration? Ich habe gesprochen von Drogenhandel, Menschenhandel, von Waffenhandel. Und die Waffen bei diesem Attentäter kamen auch aus dem Balkan, auch in Bataklan und Mollebek. Es geht auch um unsere Sicherheit, unabhängig von der Erweiterung. Es geht auch um die Sicherheit Österreichs, weil alle diese Entwicklungen kommen zu uns und plötzlich sind sie dann da, inmitten von Wien oder in Bayern oder in Deutschland. Ich weiß es nicht. Also da müssen wir schon mehr Augenberg schenken. Aber wer ist, es ist eigentlich, hat kürzlich die deutsche Außenministerin Baerbock gesagt, noch dazu in Indonesien, nachdem der Lavrov weg war, dass Putin eine Weltgefahr ist. Es ist eine internationale Gefahr, auch am Balkan. Ja, sehr stark. Und das ist, wenn man sagt, das ist unsere Gegend, das betrifft auch natürlich Österreich. Nachbarn. Wenn hier in Bosnien überall werden die Strukturen untergraben. Naja, da hat sie sicher recht gehabt und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass Sigmar Gabriel, deutscher Außenminister, und Heiko Maas, deutscher Außenminister, nie in Bosnien gewesen sind. Die waren zwar in Mali, haben sich dort die deutschen Truppen angeschaut und sie besucht, sie waren nie in Bosnien. Vielleicht hat es Bosnien auch nicht verdient, ja, aber das hat sich jetzt geändert. Aber das ist jetzt... Ja, und was bedeutet der Besuch zum Beispiel von Scholz? Was bedeutet das? Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich genau die richtige Frage. Auf der einen Seite, ja, es kommen jetzt die Minister, Scholz war in Griechenland, in Nordmazedonien und in Belgrad, aber wenn sich die Bedeutung und die Folgen eines solchen Besuches in dem Besuch selbst erschöpfen, kann man schon die Frage stellen, ob das wirklich ein Fortschritt ist. Scholz geht nach Belgrad, sagt, er ist für die EU-Beitrittsperspektive des westlichen Balkans. Das sind aber weiterhin nur Worte. Der französische Gipfel war ein Desaster. Es ist nichts, überhaupt nichts passiert. Selbst Schritte, die relativ klein gewesen wären. Das Kosovo erfüllt seit vielen Jahren, laut Darstellung der Kommission, die durchaus strengen Vorbedingungen für die Gewährung der Visumfreiheit. Da geht es um Dokumentensicherheit, biometrische Pässe und so weiter. Das ist eine ziemlich umfangreiche Checkliste. Und selbst da hat es keinen Fortschritt gegeben. Wir geben Georgien, einem Staat irgendwo im Kaukasus, eine Visumfreiheit enthalten ist, dem Kosovo aber vor. Da müssen wir uns natürlich nicht wundern, dass die Europäische Union nicht mehr als besonders koppelig ist. Da muss man ergänzen, dass fünf EU-Staaten den Kosovo eigentlich nicht der Staat anerkennen. Was aber nicht im Wegestünde der Reisefreiheit. Griechenland gehört zu den fünf Staaten, die nicht anerkennen, erkennt aber kosovarische Personaldokumente an. Was wichtig ist bei dem Thema, ist, dass die Bedingungen, die längst erfüllt werden, dass die EU sozusagen nicht ihre eigenen Versprechen erfüllt. Das führt dazu, dass die EU als Institution unglaubwürdig wird. Das ist ein enormer Imageschaden, der passiert ist in den vergangenen Jahren. Es glaubt zum Beispiel in dem Land, wo ich lebe, in Bosnien-Herzegowina, keiner mehr, dass die EU wirklich das ernst meint. Die verlieren ja selbst ihre Einflussmöglichkeiten dadurch. Das ist ein Erosionsprozess. Aber ich möchte noch sagen, wenn es um Sicherheitspolitik geht, wenn wir schon nicht über Erweiterung weiterkommen, dann müssen wir gerade in dieser geopolitischen Situation über Sicherheitspolitik reden. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass man im Herbst darauf schaut, ob Russland zustimmen wird, dass die EU-Mission, die Militärmission Euphor Altea in Bosnien-Herzegowina verlängert wird. Wenn sie nicht verlängert wird, dann gibt es die Idee, dass man dort eine NATO-Mission hineinschicken sollte, weil eben der Kreml die ganze Zeit da herum intrigiert und weil man da einfach dafür sorgen muss, dass die Leute sich sicher fühlen und dass das nicht außer Kontrolle gerät. Ich frage mich, wenn das, was wir hören, stimmt, Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, hat wieder ein, und der neigt nicht zum Übertreiben, ein Interview gegeben, was Sorge macht über die Explosion an Preisen, die uns im Herbst erwarten und was das für unsere Demokratie auch bedeutet. Das betrifft ja alle Länder. Da frage ich mich eben, worauf steuern wir in diesem Herbst zu? Wenn wir jetzt schon in vergleichsweise einer Zeit, wo wir die Auswirkungen nur ein wenig spüren, es gibt Inflation, aber man kann jetzt noch nicht, die Restaurants sind voll, die Cafés sind voll. Ich habe teilweise den Eindruck, wir sind so im Juli 1914. Als alle wissen, das zieht ein Gewitter auf, aber noch genießt man das. Wie stehen wir dann da, wenn wir eben wirklich soziale Verwerfungen in allen unseren demokratischen Staaten haben? Und was können wir dann dem Balkan überhaupt noch anbieten, beziehungsweise was passiert dann dort? Na, vor allen Dingen, ich meine, wenn man hier sich einen Urlaub nicht mehr leisten kann, dann ist das nicht so schlimm, aber in Albanien oder in so Armenstadt mit dem Kosovo oder Bosnien-Herzegowina geht es darum, ob man sich Windeln kaufen kann für die Kinder, ob man sich gewarnt und Essen und vor allem, ob man die Heizung bezahlen kann. Da geht es um wirklich wichtige Dinge des Überlebens. Und ich fürchte auch, so wie der Herr Martens das gesagt hat, dass das im Herbst sehr hart werden wird, vor allem der Winter wird sehr hart werden. Und wir werden ja auch noch sehen, ob nicht auch noch das russische Gas abgedreht wird, was eine Katastrophe wäre. Und die Gefahr, dass die autoritären Regime oder Herrscher, wie zum Beispiel Vucic, Alexander Vucic in Serbien, der ja die chinesische Fahne am Flughafen geküsst hat, der ja der engste Freund von Putin ist, gleichzeitig versucht auch in Brüssel natürlich, gute Stimmung zu erzeugen, ob er da bereit ist, mitzumachen. Also die sind nicht da, um die Feuer zu löschen, sondern eher zu entfachen. Das ist die große Gefahr, glaube ich, auch zwischen Kosovo und Serbien oder zum Beispiel Montenegro. Jederzeit können die Russen da auch etwas unternehmen. Und dann sehen wir selbst in der Mitgliedsstaat Bulgarien den unglaublichen Einfluss Russlands mit der russischen Botschaft. Bulgarien steuert jetzt höchstwahrscheinlich, ist noch nicht ganz entschieden, aber es sieht danach aus, es steuert auf die vierte Parlamentswahl innerhalb von 18 Monaten zu. Es gibt Modelle für Putin-Orban, wo er seinen starken Freund hat. Und dann gibt es das Modell Unregierbarkeit in Bulgarien, wo erst nach der dritten Parlamentswahl im vergangenen Jahr mit Mühe und Not eine wackelige Koalition gebildet werden konnte, die schon wieder auseinandergefallen ist. Jetzt wird wiedergewählt. Das macht mir in der Tat Sorgen. Und da kommen wir dann wieder zur Ausgangsfrage, meiner Ansicht nach, zurück. Wenn die EU-Beitrittsperspektive, aus welchen Gründen auch immer, ob man das gut findet oder das schlecht, nicht realistisch ist, was machen wir dann? Was bieten wir dann an? Dann ist der Vorschlag von Macron, diese europäische politische Gemeinschaft, was natürlich, ist das eine Augenauswischerei oder ist das wirklich eine Option, eine mögliche Option? Das ist die Übersetzung dafür, dass er keine Erweiterung will. Ja, das ist ein Wort, der war mal. Aber ich meine, was heißt jetzt, ich meine, es gibt Staaten, die wollen in die EU, die tun was dafür, warum sollten die keine Chance bekommen, nur weil irgendwelche bulgarischen Nationalisten das nicht wollen. Also ich meine, die Glaubwürdigkeit der EU steht auf dem Stil, das muss auch nachvollziehbar werden für die Bürger und die Bürgerinnen auf dem Balkan, wie so ein Prozess. Wir können das nicht die ganze Zeit neu erfinden. Es geht darum, dass es leistungsorientiert bleibt und transparent. Es ist nicht mehr leistungsorientiert. Die Staaten, die werden belohnt, die nationalistische und revisionistische Politik machen und sich an China anlehnen und andere, die versuchen, westlich, liberal und demokratisch, pluralistisch zu sein, werden bestraft. Das muss aufhören, egal, ob jetzt erweitert wird oder nicht. Das ist das falsche Signal. Aber Frau Kollegin, also ich stimme Ihnen ja zu mit bulgarischen Nationalisten, die heute sind es bulgarische Nationalisten, morgen werden es irgendwelche anderen sein, die den Erweiterungsprozess torpedieren. Aber mir scheint schon das macronsche Argument, das muss man auch gar nicht an der Person Macron festmachen, dass wir bei Vollmitgliedschaften mit noch mehr Vetorechten ein Problem haben in der EU, ist ernst zu nehmen. Was wäre die Antwort darauf? Das frage ich als offengestellte Frage. Ich frage zurück, ob man nicht noch einmal diese Reformen, die Anreiz, Reformen zu machen, hinunterschraubt und eigentlich die Reformbereitschaft noch einmal enttäuscht, die Bürger noch einmal demütigt, wenn man ihnen die Chance nicht offen lässt, Vollmitgliedschaft zu haben. Wieso sollte man das nicht für jene, die reformbereit sind, offen lassen, diese Möglichkeit? Bundeskanzler Scholz hat vor kurzem in einem Interview gesagt, ja, wir sind in Berlin für die volle Mitgliedschaft des Westbalkans in der EU, aber, ich hoffe, ich zitiere es ungefähr genau, nicht alles, was heute einstimmig entschieden wird, wird dann noch einstimmig entschieden werden können. Mit anderen Worten, er möchte eine Stimmrechtsänderung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polen würden die Ukraine lieber heute als morgen in der EU haben, aber etwas möchten sie auf gar keinen Fall, nämlich das Einstimmigkeitsprinzip aufgeben. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber da sind wir, es wird diese Reform, das ist jetzt etwas prophetisch, was man nie tun sollte, aber ich kann mir, meine Fantasie reicht nicht aus, um eine Reform des Einstimmigkeitsprinzips mir vorzustellen. Also das heißt, die ganze EU-Erweiterung hängt auch von einer Reform der Europäischen Union an sich. Ja, und sie ist zurzeit überhaupt nicht in der Lage, das zu derstemmen, wie man auf österreichisch sagt. Die ist so wackelig, auf so wackeligen Beinen, und was im Herbst bevorsteht, das wissen wir, die ist ja gar nicht in der Lage, das zu derstemmen. Ich bin noch immer der Meinung, auf meinem Schallenberg-Vorschlag, dass man Gas gibt, unter Anführungszeichen, bei Verhandlungen und ihnen schrittweise, schrittweise die Teilnahme im europäischen Prozess innen ermöglicht. Der Macron-Vorschlag ist, außerhalb des Gartens bleibt draußen, ihr könnt euch auch draußen versammeln. Sie müssen schrittweise einen Weg finden, hineingenommen zu werden in die EU, und zwar unabhängig von jedem Staat, wie er verhandelt und wie kompatibel er bereits ist. Und ich glaube noch immer an diese Verzahnung, die dann irgendwann, im letzten Moment, dann die Vollmitgliedschaft bringt. Den Macron-Vorschlag gibt es übrigens schon, der ist verwirklicht seit 1949, der heißt Europarat, es gibt diese politische Gemeinschaft, wir müssen da nicht noch eine neue Institution draufsatteln. Ich glaube aber auch, dass man in dieses sektorales Erweiterungsdenken, wir müssen einfach aufhören zu sagen, Saloniki 2003, das Versprechen ist das Einzige, wie so ein Stier nach dem roten Tuch. Wir müssen überlegen, was können wir wenigstens mittelfristig anders machen. Teilnahme am gemeinsamen Markt ist meiner Ansicht nach wichtig. Aber das ist doch längst verwirklicht. Ihr braucht ja nur das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen durchlesen. In der zweiten Phase ist die Möglichkeit, alle vier Grundfreiheiten zu bekommen. Das ist der Gemeinschaft, aber da muss man überhaupt nichts ändern. Ja, da müssen wir da jetzt hin. Das Problem ist ja, das ist ja schon so. Die brauchen den Arbeitsschritt. Das Problem ist dann nur, dass Bulgarien wieder da sitzt und Nein sagt. Auch bei der ersten Grundfreiheit. Ja, aber wenn das Problem morgen gelöst ist, ist das Problem der Einstimmigkeit leider immer noch da. Es hängt leider nicht nur an. Das wird sich nicht ändern. Genau. Das wird sich nicht ändern. Aber gibt es da genug Stärke und Entschlossenheit in der EU? Natürlich nicht. Es gibt ja auch sehr viel Ignoranz und Unwissen leider und zu wenig Engagement auch. Und dann gibt es die Einflüsse von Leuten, die ihre eigenen so regionalpolitischen Interessen wie Ungarn zum Beispiel umsetzen will. Und vor allem der Krieg in der Ukraine lenkt die politische Kraft ab in diese Richtung. Da gibt es nichts zu ändern. Die ganze Tagespolitik, Inland, Ausland, EU, bezieht sich nur noch auf den Krieg in der Ukraine, seine Folgen etc. Die Kraft fehlt, den Balkan in die Hand zu nehmen. Das fehlt einfach jetzt. Jetzt haben wir der Ukraine. Ich verstehe das politische Signal, Kandidatenstaat ist für die Ukraine in diesen Zeiten. Das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite erinnere ich mich, beinahe wäre die EU-Osterweiterung von 2004 gescheitert, weil Griechenland gesagt hat, wenn ihr nicht auch Zypern mit in diesen Erweiterungskreis nehmt, dann werden wir den ganzen Rest blockieren. Dann hat man Zypern aufgenommen, obwohl in Brüssel alle gesagt haben, wir wollen uns eigentlich keinen gefrorenen Konflikt in die EU. Und den haben wir seit 2004 eben... Lack der Erpressung war das. Ja, aber ich meine, was... Aber rechtens, rechtens. Aber was für einen Konflikt... Ich meine, wenn man sich Zypern als Problem ansieht, obwohl dieser Konflikt ja friedlich ist, seit vielen Jahren. Jetzt stellt man sich das mal mit der Ukraine vor, da holen wir uns ja einen viel größeren Konflikt. Und was ist mit Malta, mit der Rechtsstaat, nicht? Das ist auch ein besonderes Kapitel, was da passierte und passiert, nicht? Wobei auch diese Etiketten, sozialdemokratisch oder konservativ, keine Rolle spielen. Aber es gibt schon mehr Engagement jetzt auf den Balkan als noch vor einem halben Jahr. Der Herr Insko wird mir zustimmen. Es gibt erstmals einen deutschen Westbalkanbeauftragten der deutschen Bundesregierung, einen Westbalkanbeauftragten der britischen Regierung. Es gibt verstärktes Engagement der USA und es wurden auch die Truppen verstärkt in Bosnien-Herzegowina. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber es ist durchaus auf mehr Aufmerksamkeit Gott sei Dank da. Ich habe circa zehn Jahre mit Karl Theodor Guttenberg eine lange Debatte gehabt, warum er die letzten 70 deutschen Soldaten abzieht aus Bosnien-Herzegowina. Und er hat mir gesagt, ja, das ist ein Beschluss des Bundestages. Ich habe gesagt, okay, aber gewinnt man dadurch Wahlen, wenn man so einen Beschluss umsetzt? Ja, aber ich brauche die Leute ja auch in Afghanistan. Ich habe gesagt, in Afghanistan werden 70 deutsche Soldaten überhaupt nicht auffallen. In Bosnien aber schon wegen der Symbolik. Jetzt kommen wieder 50 zurück. Aber das sind schöne Jahre vergangen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt. Es gibt dadurch keine neuen Wunder. Aber ich möchte vielleicht diese Debatte auf ein anderes Niveau heben. Und zwar, Europa ist ja nur eine Halbinsel von Eurasien, sozusagen. Und ein Freund von mir war kürzlich in Singapur. Der wurde bei einer Konferenz in zwei Tagen Europa überhaupt nicht erwähnt. Wir können nur eine Rolle spielen im Vergleich zu zwei Milliarden in Asien oder noch mehr und Amerika, wenn wir gemeinsam agieren. Aber das führt mich weg von Singapur zu den Vereinigten Staaten. Das ist auch ein wichtiges Produkt, das der Biden-Administration da ist und nicht Trump mit diesem merkwürdigen Mann, den sie aus Berlin zu Hauptvervollmächtigen für den Balkan ernannt haben. Und auch in der Ukraine. Man vergisst oft, dass die Vereinigten Staaten mehr militärische und Finanzhilfe gegeben haben als die ganze EU zusammen. Es ist Glück im Unglück, dass jetzt gerade Biden Präsident ist. Man möchte sich nicht vorstellen, wie wir dastünden, wenn es noch Trump wäre. Das Problem ist nur, wir wissen ja, Trump oder seinesgleichen können zurückkommen. Deswegen muss sich Europa emanzipieren. Das Gute in diesem Schlechten ist zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, Österreich ist ja etwas anders gelagert, dass wir endlich wieder eine Debatte über massive Aufrüstung der Bundeswehr haben. Was ich richtig und gut finde, dass diese komischen Argumente, die Bundeswehr dürfe keine bewaffneten Drohnen haben, endlich überwunden ist. Und dass jeder, der das fordert, jetzt nicht mehr automatisch als Kriegstreiber in die Ecke gedrängt wurde. Denn so war es bis vor kurzem. Wir dürfen auch nicht vergessen, die viel gelobte deutsche Außenministerin Baerbock gehörte zu jenen, die bis zum Februar noch sagten, auf gar keinen Fall Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Aber Habeck war einer der erst. Das stimmt. Einer der ganz wenigen, der aus der Ukraine zurückkam und sagte, wir müssen den Ukrainern Defensivwaffen liefern, was immer im ukrainischen Kontext Defensivwaffen sind. Egal, was man denen liefert, die hätten ja nicht angefangen, Russland zu überfallen. Aber wir haben, davor hieß die deutsche, sehr wirklichkeitsferne Variante, keine Lieferung in Krisengebiete. Wir haben zwar uns Milliarden verdient mit Saudi-Arabien und Ägypten, da wurde fröhlich hingeliefert, aber nicht in die Ukraine. Da sind wir jetzt Gott sei Dank aufgewacht. Insofern, glaube ich, hat Herr Putin die hirntote NATO wachgeküsst im letzten Moment. Und die Amerikaner haben, die USA haben in den letzten Monaten ein bedeutendes Gewicht in Europa. Die Amerikaner haben die Führung in Europa übernommen. Nicht zum ersten Mal. Ja. Und die haben schon einmal einen Krieg beendet in Bosnien. Wenn die Amerikaner sich auf Südosteuropa konzentrieren würden, könnten sie die Europäer in Bewegung setzen. Und die EU in Bewegung setzen, dort Schritte einzuleiten. Es geht darum, dass die Europäer schläft. Lasst uns schlafen, lasst uns vom Balkan in Ruhe usw. Trugschluss. Die Amerikaner könnten das, was sie schon einmal gemacht haben, in Bosnien Gas geben. Die jetzigen Amerikaner, ja. Professor Landmeier hat erwähnt, der Sondergesandte von Donald Trump, Richard Grenell, den wir nun Gott sei Dank für einstweilen los sind, der ja Botschafter in Berlin war und im Nebenberuf der Sondergesandte, der hat mehr Unheile als Gutes angerichtet. Die Amerikaner können in beide Richtungen gehen. Ja, aber ich wollte auch zustimmen dem Herrn Seinit, also was ich glaube ich wichtig ist, in dieser Situation zu lernen, dass die Appeasement-Politik, die so lange gemacht wurde, gegenüber Russland, Beschwichtigung gegenüber Russland, man könnte auch sagen Schleimerei und Geldgier, dass das falsch war und dass das dazu führt, dass die Dinge eskalieren. Und das sollte man auch, was diese nationalistischen Politik auf dem Balkan betrifft, davon lernen und damit aufhören. Das ist nämlich auch das, was passiert, dass permanent alle dorthin reisen und diesen Nationalisten Glauben schenken, mit denen Verhandlungen machen, damit die Institutionen untergraben und im Grunde genommen schon wieder den gleichen Fehler wiederholen, den sie mit Russland gemacht haben. Und das machen die Amerikaner nicht. Die haben Sanktionen erlassen, zum Beispiel gegen den Herrn Dodig. Die Briten haben auch Sanktionen erlassen. Das könnten wir Europäer doch auch einmal machen. Aber nein, man muss immer schön... Stattdessen hat Warhele wieder die ethnischen Lieder eingeladen. Genau, wieder die gleichen Fehler. Immer die gleichen Fehler. Aber die Amerikaner sitzen in Albanien, gewaltig. Sie sitzen im Kosovo, gewaltig. Sie sind dort die Befreier. Ich wiederhole mich, wenn die Amerikaner, die Administration, zu dem Schluss kommt, jetzt sollte einmal auch dort Ordnung geschaffen werden, in Südosteuropa, dann könnte man, glaube ich, etwas in Bewegung setzen. Aber im Gegensatz zu dem von Ihnen gelobten Plan von Schallenberg, Außenminister Schallenberg, gibt es auch gewichtige Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten, die glauben, dass sie gewichtig sind in Österreich, die jetzt wie der Wirtschaftskammerpräsident dafür sich ausgesprochen haben, nicht nach Ukraine zu schauen und eben diese Beschwichtigungspolitik offen erklärt. Das zeigt, dass solche Gefahren sind nicht nur am Balkan, sondern im proeuropäischen, europäischen Österreich. Das fällt übrigens auch, finde ich, zurück auf die Ära Merkel. Wir müssen, also als die verabschiedet wurde, gab es ja gerade in deutschen Medien, ich weiß nicht, wie es hier war, eine Lobeshymne nach der anderen, eine große, freie zeitgeschichtliche Gestalt. Ich will auch diese 16 Jahre überhaupt nicht kleinreden. Aber wenn man sich mal anschaut, es war auch Frau Merkel, die sagte, nein, die Gasabhängigkeit ist beiderseitig, die wollen ja liefern und die müssen verdienen. Und es war Merkel, die das Projekt Nord Stream 2 vorangetrieben hat. Nach der Okkupation der Krim-Instagramme. Genau, nach der Krim. Und die sagt, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Ob eine Frau so klug wie Merkel das wirklich geglaubt hat, möchte ich schon mal fragen. Und wenn sie es nicht geglaubt hat, warum hat sie nicht die Wahrheit gesagt? Da müssen wir ja alle, es hilft jetzt nicht mehr, die Scherben sind da. Aber um das in der Zukunft zu verhindern, müssen wir schon genau hinschauen. Denn genau, was die Kollegin sagt, in Bulgarien machen wir doch im Kleinen jetzt fast dasselbe. Putin behauptet, es gibt keine Ukrainer und das ist der Vorwand für den Krieg. Die Bulgaren, wie gesagt, ich vergleiche die nicht mit Putin, aber die Bulgaren, oder ich setze sie nicht gleich mit Putin, sagen wir so, sagen, oder der nationalistische Teil, wie der bulgarische Präsident Radev, der noch im Kommunismus erzogen ist, was man ihm auch sehr ansieht, sagt, es gibt eigentlich keine mazedonische Nation. Der wird jetzt nicht die Panzer lossticken, die 27, die die Bulgaren haben. Aber letztlich ist das Narrativ sehr ähnlich. Hier wird Identität abgesprochen. Und das macht sich die EU zu eigen, indem sie das unterstützt. Das ist doch Wahnsinn. Und das ist ein Rückfall in den frühen Jahren des 26. Jahrhunderts, als man Bücher geschrieben hat und Statistiken über Mazedonien. Die Bulgaren wollten Mazedonien, die Serben wollten Mazedonien, die Griechen wollten Mazedonien und eine der wenigen positiven Hinterlassenschaften von Tito ist die Anerkennung. Und dieses nationale Bewusstsein hat sich entwickelt. Ich habe dasselbe in den 70er-Jahren, 80er-Jahren erlebt. Er lebt, nicht? Und der Schaffer, der eigentlich, der Kreator, der Schöpfer Mazedoniens, Gligorov, war selbst während des Krieges bulgarischer Staatsbürger. Aber das alles spielt keine Rolle. Dann könnte keine Vereinigten Staaten existieren. Es heißt immer, Tito hat die Identität der Mazedonier künstlich erfunden. Ich meine, gerade in einem Land wie Österreich müssen wir ja niemandem erklären, dass Identitäten sich wandeln können und dass sie dann aber irgendwann ein natürliches Ergebnis und das nicht mehr in Frage zu stellen ist. Und das ist unglaublich, diese Forderung, sie sollen sich selbst vernichten. Das ist unfassbar. Identitätspolitik ist immer eine Handgranate. Genau. Und auch das Nichtakzeptieren der Souveränität des Nachbarstaates, das ist ein riesiges Problem in Südosteuropa. Es ist ganz schlecht, wenn man sich immer in die Nachbarstaaten einmischt. Diesen kleinen, bedrohten Staaten, denen kann man am besten damit helfen, indem man einfach sich zurückzieht als Nachbar und wohlwollend die Souveränität und die Innenpolitik in Ruhe leistet. Wie das ein amerikanischer Politikwissenschaftler vor vielen Jahren gesagt hat, Nachbarschaft ist keine Garantie für gut nachbarschaftliche Gefühle. Ich versuche immer in Westeuropa, wo man die Kleinigkeiten, Details des bulgarisch-mazedonischen Kreis nicht so kennt, das mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Jedes Beispiel hinkt ein bisschen, aber ist auch nicht völlig schief. Stellen Sie sich vor, als Österreich 1995, glaube ich, der EU beigetreten ist, korrigieren Sie mich, war das? Ja, stimmt. 1995, die Deutschen hätten gesagt, ihr dürft nur beitreten, wenn ihr zugebt, in Anführungsstrichen, dass ihr eigentlich Deutsche seid. Das ist doch absurd. Und wenn man sie in die Verfassung hineinschreibt, weil das ist jetzt die Bulgaren wollen. Deutsche Minderheit in der Verfassung und eigentlich auch geteilte Geschichte, gut, da gibt es ja auch ein paar Jahre, aber sind ja unsere größte Minderheit, die Deutschen. Stimmt, sind wir sogar. Und da spielt auch eine Rolle, diese von Orbán ernannte Erweiterungskommissar, der gesagt hat, dass es eine legitime Forderung der Bulgaren ist. Das ist ja unglaublich. Macht sich völkisches Denken zu eigen? Und das wissen Sie besser als jeder andere hier am Tisch, wenn das die Kroaten gegenüber Bosnien machen oder auch die Kroaten gegenüber. Es gibt so viele Forderungen, mit denen Nachbarstaaten ihre auf dem Balkan, die Griechen könnten historische Forderungen gegen Albanien, Nordepirus eben, dann ist es vorbei mit der Erweiterung. Also die Gefahren sind da und da gibt es keine unschuldigen Lämmer. Aber es gibt natürlich besonders gefährliche Beispiele. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass die EU und die westlichen Staaten auch sich mit Bulgarien beschäftigen, in dieser Hinsicht, nicht nur mit Ungarn und Polen. Das ist natürlich auch eine... Aber diese illiberalen, revisionistischen, nationalistischen Kräfte in diesen Staaten, die arbeiten ja zusammen. Das muss man ja wissen. Hier gibt es eine Allianz zwischen diesen Kräften in Ungarn, in Serbien, in Bulgarien und in Kroatien. Und diese Kräfte wollen ihre eigene Einflusssphäre auf den Balkan stärken. Wenn man sich das Beispiel Ungarn anschaut, so ist es auch so, dass die versuchen, möglichst viele Positionen in den verschiedensten Institutionen zu bekommen. Und dazu kommen noch ihre Verbündeten, die Rechtsextreme und Linksextreme in Frankreich und so weiter, die ähnlichen und die Ignoranten in westlichen Ländern, die die Geschichte nicht kennen oder nicht kennen wollen. Und das alles ist eine Melange. Und die auf die Propaganda reinfallen. Und ich fürchte, dass wir darüber noch im Europastudio diskutieren werden, weil diese Themen gehen nicht weg. Und sie beeinflussen auch alles in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Deshalb war jetzt ein sehr guter Leitartikel in der Neuen Zürcher gegen diese Apisels, diese Beschwichtiger, diese Kapitulationisten, die überall zu finden sind. Ich danke Ihnen für die Teilnahme. Ich danke für das Zuschauen. Und noch einen schönen Sonntag. Günさん! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017